Surah 33 Al-Ahzab Die Verbündeten Offenbart zu Al-Madina 73 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Wahrlich, Allah ist allwissend, allweise. Und folge dem, was dir von deinem Herrn offenbart wird. Wahrlich, Allah ist wohl all dessen kundig, was ihr tut. Und vertraue auf Allah, denn Allah genügt als Beschützer. Allah hat keinem Manne zwei Herzen in seinem Inneren gegeben, noch hat er jene unter euren Frauen, von denen ihr euch scheidet, mit der Formel, sie seien euch verwehrt wie der Rücken eurer Mütter, zu euren wirklichen Müttern gemacht. Noch hat er eure angenommenen Söhne zu euren wirklichen Söhnen gemacht. Das ist nur Gerede aus euren Mündern. Allah aber spricht die Wahrheit und er zeigt euch den Weg. Nennt sie, die angenommenen Söhne, nach ihren Vätern. Das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr jedoch ihre Väter nicht kennt, so sind sie eure Brüder im Glauben und eure Schützlinge. Und wenn ihr versehentlich darin gefehlt habt, so ist es keine Sünde von euch, sondern Sünde ist nur das, was eure Herzen vorsätzlich tun. Und Allah ist wahrlich allverzeihend barmherzig. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Und seine Frauen sind ihre Mütter. Und Blutsverwandte sind einander näher als die übrigen Gläubigen und die Ausgewanderten, gemäß dem Buche Allahs. Es sei denn, dass ihr euren Schützlingen Güte erweist, das ist in dem Buche niedergeschrieben. Und dann gingen wir mit den Propheten den Bund ein und mit dir und mit Noah und Abraham und Moses und mit Jesus, dem Sohn der Maria. Und wir gingen mit ihnen einen gewaltigen Bund ein, auf das er die Wahrhaftigen nach ihrer Wahrhaftigkeit befrage. Und für die Ungläubigen hat er eine schmerzliche Strafe bereitet. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt der Gnade Allahs gegen euch, als Herrscharen gegen euch heranrückten und wir sandten gegen sie einen Wind und Herrscharen, die ihr nicht gesehen hattet. Und Allah sieht, was ihr tut. Als sie von oben und von unten her über euch kamen und als die Augen rollten und die Herzen in die Kehle stiegen und ihr verschiedene Gedanken über Allah hegtet. Damals wurden die Gläubigen geprüft und sie wurden in heftigem Maße erschüttert. Und da sagten die Heuchler und die, in deren Herzen Krankheit war, Allah und sein Gesandter haben uns nur Trug verhießen. Und als dann sagte eine Gruppe von ihnen, O ihr Leute von Yatrib, ihr könnt ihnen nicht standhalten, darum kehrt zurück. Und ein Teil von ihnen bat den Propheten um Erlaubnis und sagte, unsere Wohnungen sind schutzlos und sie waren nicht schutzlos, sie wollten eben nur fliehen. Und wenn der Zutritt gegen sie von allen Seiten her erzwungen würde und wenn sie dann aufgefordert würden, vom Islam abzufallen, wären sie darauf eingegangen und hätten dabei wenig gezögert. Und sie hatten doch in Wahrheit zuvor mit Allah den Bund geschlossen, dass sie nicht den Rücken zur Flucht wenden würden. Und über den Bund mit Allah muss Rechenschaft abgelegt werden. Sprich, die Flucht wird euch nimmermehr nützen, wenn ihr dem Tod oder der Niedermetzelung entflieht. Denn am kurzen Überleben werdet ihr nur wenig Freude haben. Sprich, wer ist es, der euch vor Allah schützen kann, wenn er vorhat, über euch ein Übel zu verhängen oder wenn er vorhat, euch Barmherzigkeit zu erweisen. Und sie werden für sich außer Allah weder Beschützer noch Helfer finden. Allah kennt wohl diejenigen unter euch, die die Menschen vom Weg abhalten und diejenigen, die zu ihren Brüdern sagen, kommt her zu uns. Und sie lassen sich nur selten in Kriege ein und sind euch gegenüber geizig. Naht aber Gefahr, dann siehst du sie nach dir ausschauen, mit rollenden Augen, wie einer, der aus Todesfurcht in Ohnmacht fällt. Doch wenn dann die Angst vorbei ist, dann treffen sie euch mit scharfer Zunge in ihrer Gier nach Gut. Diese haben nicht geglaubt, darum hat Allah ihre Werke zunichte gemacht. Und das ist für Allah ein leichtes. Sie meinen, dass die Verbündeten noch nicht abgezogen seien. Und wenn die Verbündeten kommen sollten, so würden sie lieber bei den nomadischen Arabern in der Wüste sein und dort Nachrichten über euch erfragen. Und wenn sie bei euch wären, so würden sie nur wenig kämpfen. Wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allahs häufig gedenkt. Und als die Gläubigen die Verbündeten sahen, da sagten sie, das ist es, was Allah und sein Gesandter uns verheißen haben. Und Allah und sein Gesandter sprachen die Wahrheit. Und es verstärkte nur ihren Glauben und ihre Ergebung. Unter den Gläubigen sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen hatten, die Treue hielten. Es sind welche unter ihnen, die ihre Gelübde erfüllt haben und welche, die noch warten. Und sie haben nichts verändert, nicht im Geringsten. Allah belohne die Wahrhaftigen für ihre Wahrhaftigkeit und bestrafe die Heuchler, wenn er will, oder wende sich ihnen in Barmherzigkeit zu. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. Und Allah schlug die Ungläubigen in ihrem Grimm zurück. Sie erlangten keinen Vorteil. Und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Und Allah ist allmächtig erhaben. Und er brachte die aus dem Volk der Schrift, die ihnen halfen, von ihren Burgen herunter und warf Schrecken in ihre Herzen. Einen Teil tötetet ihr und einen Teil nahmt ihr gefangen. Und er ließ euch ihr Land erben und ihre Häuser und ihr Vermögen und ein Land, in das ihr nie den Fuß gesetzt hattet. Und Allah hat Macht über alle Dinge. O Prophet, sprich zu deinen Frauen, wenn ihr das Leben in dieser Welt und seinen Schmuck begehrt, so kommt, ich will euch eine Gabe reichen und euch dann auf schöne Art entlassen. Doch wenn ihr Allah und seinen Gesandten und die Wohnstadt des Jenseits begehrt, dann wahrlich hat Allah für die unter euch, die Gutes tun, einen herrlichen Lohn bereitet. O Frauen des Propheten, wenn eine von euch eine offenkundige Schändlichkeit begeht, so wird ihr die Strafe verdoppelt. Und das ist für Allah ein leichtes. Doch welche von euch Allah und seinem Gesandten gehorsam ist und Gutes tut, ihr werden wir ihren Lohn zweimal geben. Und wir haben für sie eine ehrenvolle Versorgung bereitet. O Frauen des Propheten, ihr seid nicht wie andere Frauen. Wenn ihr gottesfürchtig sein wollt, dann seid nicht unterwürfig im Reden, damit nicht der, in dessen Herzen Krankheit ist, Erwartungen hege, sondern redet in geziemenden Worten. Und bleibt in euren Häusern und prunkt nicht wie in den Zeiten der Jahiliah. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Allah will nur jegliches Übel von euch verschwinden lassen, ihr Leute des Hauses, und euch stets in vollkommener Weise reinhalten. Und gedenkt der Verse Allahs und der Weisheit, die in euren Häusern verlesen werden, denn Allah ist gütig, allkundig. Wahrlich, die muslimischen Männer und die muslimischen Frauen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, die gehorsamen Männer und die gehorsamen Frauen, die wahrhaftigen Männer und die wahrhaftigen Frauen, die geduldigen Männer und die geduldigen Frauen, die demütigen Männer und die demütigen Frauen, die Männer, die Almosen geben und die Frauen, die Almosen geben, die Männer, die fasten und die Frauen, die fasten, die Männer, die ihre Keuschheit waren und die Frauen, die ihre Keuschheit waren, die Männer, die Allahs häufig gedenken und die Frauen, die Allahs häufig gedenken. Allah hat ihnen allen Vergebung und großen Lohn bereitet. Und es ziemt sich nicht für einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau, dass sie, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit beschlossen haben, eine andere Wahl in ihrer Angelegenheit treffen. Und der, der Allah und seinem Gesandten nicht gehorcht, geht wahrlich in offenkundiger Weise irre. Und da sagtest du zu dem, dem Allah Gnade erwiesen hatte und dem du Gnade erwiesen hattest, behalte deine Frau für dich und fürchte Allah. Und du verbargst das, was du in dir hegtest, das, was Allah ans Licht bringen wollte. Und du fürchtetest die Menschen, während Allah es ist, den du in Wirklichkeit fürchten sollst. Dann aber, als Said seine eheliche Beziehung mit ihr beendet hatte, verbanden wir sie ehelich mit dir, damit die Gläubigen in Beziehung auf die Frauen ihrer angenommenen Söhne nicht in Verlegenheit gebracht würden, wenn diese ihre ehelichen Beziehungen mit ihnen beendet haben. Und Allahs Befehl muss vollzogen werden. Es bringt den Propheten in keine Verlegenheit, was Allah für ihn angeordnet hat. Das war Allahs Vorgehen gegen jene, die vor dem dahin gingen. Und Allahs Befehl ist ein unabänderlicher Beschluss. Jene, die Allahs Botschaften ausrichten und ihn fürchteten und niemanden außer Allah fürchteten. Und Allah genügt für die Abrechnung. Mohammed ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und der Letzte aller Propheten. Und Allah besitzt die volle Kenntnis aller Dinge. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs im häufigen Gedenken und lobpreist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet, und seine Engel bitten darum für euch, dass er euch aus den Finsternissen zum Licht führe. Und er ist barmherzig gegen die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tage, da sie ihm begegnen, wird sein Frieden. Und er hat für sie einen ehrenvollen Lohn bereitet. O Prophet, wir haben dich als einen Zeugen, als Bringer froher Botschaft und als Warner entsandt und mit seiner Erlaubnis als einen Ausrufer zu Allah und als eine lichtspendende Leuchte. Und verkünde den Gläubigen die frohe Botschaft, dass ihnen von Allah große Huld zuteil werde. Und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern und beachte ihr Ungemach nicht. Und vertraue auf Allah, denn Allah genügt als Beschützer. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch dann von ihnen scheiden lasst, ehe ihr sie berührt habt, so besteht für euch ihnen gegenüber keine Wartefrist, die sie einhalten müssten. Darum beschenkt sie und entlasst sie auf geziemende Weise. O Prophet, wir erlaubten dir deine Gattinnen, denen du ihre Brautgabe gegeben hast und jene, die du von Rechts wegen aus der Zahl derer besitzt, die Allah dir als Kriegsbeute gegeben hat und die Töchter deines Vaterbruders und die Töchter deines Vaterschwestern und die Töchter deines Mutterbruders und die Töchter deiner Mutterschwestern, die mit dir ausgewandert sind und jedwede gläubige Frauen, die sich dem Propheten schenkt, vorausgesetzt, dass der Prophet sie zu heiraten wünscht. Dies gilt nur für dich und nicht für die Gläubigen. Wir haben bereits bekannt gegeben, was wir ihnen bezüglich ihrer Frauen und jener, die sie von Rechts wegen besitzen, verordnet haben, sodass sich daraus keine Verlegenheit für dich ergibt. Und Allah ist allverzeihend barmherzig. Und du darfst die von ihnen entlassen, die du zu entlassen wünschst. Und du darfst die behalten, die du zu behalten wünschst. Und wenn du eine, die du entlassen hast, wieder aufnehmen willst, dann trifft dich kein Vorwurf. Das ist dazu angetan, dass ihre Blicke Zufriedenheit ausstrahlen und sie sich nicht grämen und sie alle zufrieden sein mögen mit dem, was du ihnen zu geben hast. Und Allah weiß, was in euren Herzen ist, denn Allah ist allwissend nachsichtig. Es ist dir nicht erlaubt, künftig andere Frauen zu heiraten, noch sie gegen andere Frauen einzutauschen, auch wenn ihre Schönheit dir gefällt. Davon sind nur die ausgenommen, die du von Rechts wegen besitzt. Und Allah wacht über alle Dinge. O ihr, die ihr glaubt, betretet nicht die Häuser des Propheten, es sei denn, dass euch zu einer Mahlzeit dazu Erlaubnis gegeben wurde. Und wartet nicht erst auf deren Zubereitung, sondern tretet zur rechten Zeit ein, wann immer ihr eingeladen seid. Und wenn ihr gespeist habt, dann geht auseinander und lasst euch nicht aus Geselligkeit in eine weitere Unterhaltung verwickeln. Das verursacht dem Propheten Ungelegenheit und er ist scheu vor euch. Jedoch Allah ist nicht scheu vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie, seine Frauen, mit irgendetwas zu bitten habt, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es gezieht euch nicht, den Gesandten Allahs zu belästigen, noch gezieht es euch, seine Frauen jemals nach ihm zu heiraten. Wahrlich, das würde vor Allah eine Ungeheuerlichkeit sein. Ob ihr eine Sache offenkundig tut oder sie verbergt, wahrlich, Allah kennt alle Dinge. Es ist kein Vergehen von ihnen, sich ihren Vätern zu zeigen oder ihren Söhnen oder ihren Brüdern oder den Söhnen ihrer Brüder oder den Söhnen ihrer Schwestern oder ihren Frauen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen. Und fürchtet Allah, wahrlich, Allah ist Zeuge aller Dinge. Wahrlich, Allah sendet Segnungen auf den Propheten und seine Engel, bitten darum für ihn. O ihr, die ihr glaubt, bittet auch für ihn und wünscht ihm Frieden in aller Ehrerbietung. Wahrlich, diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Ungemach zufügen. Allah hat sie in dieser Welt und im Jenseits verflucht und hat ihnen eine schmähliche Strafe bereitet. Und diejenigen, die gläubigen Männern und gläubigen Frauen ungerechterweise ungemacht zufügen, laden gewiss die Schuld der Verleumdung und eine offenkundige Sünde auf sich. O Prophet, sprich zu deinen Frauen und deinen Töchtern und zu den Frauen der Gläubigen, sie sollen ihre Übergewänder reichlich über sich ziehen. So ist es am ehesten gewährleistet, dass sie dann erkannt und nicht belästigt werden. Und Allah ist allverzeihend barmherzig. Wenn die Heuchler und diejenigen in deren Herzen Krankheit ist und die, welche Gerüchte in der Stadt verbreiten, nicht von ihrem Tun ablassen, dann werden wir dich sicher gegen sie anspornen. Dann werden sie nur noch für kurze Zeit in ihr deine Nachbarn sein. Verflucht seien sie. Wo immer sie gefunden werden, sollen sie ergriffen und rücksichtslos hingerichtet werden. So geschah der Wille Allahs im Falle derer, die vor dem hingingen, und du wirst in Allahs Willen nie einen Wandel finden. Die Menschen befragen dich über die Stunde. Sprich, das Wissen um sie ist allein bei Allah. Und wie kannst du das wissen? Vielleicht ist die Stunde nah. Wahrlich, Allah hat die Ungläubigen verflucht und hat für sie ein flammendes Feuer bereitet, worin sie auf ewig bleiben. Sie werden weder Beschützer noch Helfer finden. An dem Tage, da ihre Gesichter im Feuer gewendet werden, da werden sie sagen, wehe uns, wenn wir doch Allah gehorcht hätten. Und hätten wir doch auch dem Gesandten gehorcht. Und sie werden sagen, unser Herr, wir gehorchten unseren Häuptern und unseren Großen, und sie führten uns irre und vom Weg ab. Unser Herr, gib ihnen die zweifache Strafe und verfluche sie mit einem gewaltigen Fluch. O ihr, die ihr glaubt, seid nicht wie jene, die Moses kränkten. Allah jedoch bewies seine Unschuld in der Sache, die sie gegen ihn vorbrachten. Und er war ehrenwert vor Allah. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht aufrichtige Worte, auf dass er eure Taten segensreich fördere und euch eure Sünden vergebe. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat gewiss einen gewaltigen Gewinn erlangt. Wahrlich, wir boten das Treuhänderamt den Himmeln und der Erde und den Bergen an. Doch sie weigerten sich, es zu tragen, und schreckten davor zurück. Aber der Mensch nahm es auf sich. Wahrlich, er ist sehr ungerecht unwissend. Allah wird Heuchler und Heuchlerinnen sowie Götzendiener und Götzendienerinnen bestrafen. Und Allah kehrt sich in Barmherzigkeit gläubigen Männern und gläubigen Frauen zu. Denn Allah ist allverzeihend Barmherzig. Barmherzigkeit Kuvertzendiener Und L Sami Who firet GG Untertitelung des ZDF, 2020